Die elektrische Elastomere, Formgedächtnislegierungen und Piezo-Keramiken sind Smart Materials. Die drei intelligenten Werkstoffe reagieren selbstständig auf sich verändernde Umweltbedingungen. Sie verändern ihre Form, wenn sie einen äußeren Reiz erformen. Dieser Effekt hat etwas Magisches an sich und ermöglicht es, Material neu zu betrachten, zu denken und einzusetzen. Die elektrische Elastomere sind wandelbare Kunststoffe. Die elektrisch bedeutet nicht leitend. Elastomere sind Kunststoffe, die zwar eine feste Form haben, aber dehnbar sind. Um die elektrische Elastomere in Smart Materials zu verwandeln, werden sehr dünne Elastomerfilme auf Ober- und Unterseite mit beweglichen Elektroden beschichtet. Integriert man nun ein solches Material-Sandwich in einen Stromkreis und legt Spannung an, ziehen sich die beiden entgegengesetzt geladenen Elektroden an und der Elastomerfilm wird größer und dünner. Hierbei wird elektrische Energie in mechanische Energie umgewandelt. Das Spannende ist, dass der Effekt umkehrbar ist. DERs können je nach Einsatzbereich gerollt oder gestapelt werden und so perfekt an die spezifische Anforderung angepasst werden. Das Smart Material hat außerdem viele Eigenschaften, die es für Ingenieure und Gestalter sehr interessant macht. Sie sind leicht, reagieren extrem schnell und präzise. Sie sind sehr dehnbar und daher besonders für flexible Strukturen geeignet. Außerdem können sie kleine Mengen elektrischer Energie generieren. Die Wissenschaft arbeitet momentan daran, die Materialzusammensetzung so zu optimieren, dass die notwendige Spannung reduziert werden kann. Thermische Formgedächtnislegierungen sind Metalle mit Erinnerungsvermögen. Thermisch bedeutet, dass der Formgedächtniseffekt durch Wärme ausgelöst wird. Die spezifische Legierung bestimmt, wie sich das Metall bei verschiedenen Temperaturen verhält. FGL sind deshalb intelligente Werkstoffe, da man ihnen eine beliebige Form antrainieren kann und sie sich immer an diese erinnern werden. Sie formen sich zurück, sobald sie die festgelegte Temperatur erreicht haben. Damit der Effekt erneut ausgelöst werden kann, muss die Legierung erst wieder verformt werden. Meistens wird es durch ein Gegengewicht geregelt. Um die nötige Wärmeenergie zu generieren, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man nutzt die Umgebungswärme, wie beispielsweise Sonneneinstrahlung, oder wenn der Effekt sehr gezielt ausgelöst werden soll, wird die nötige Wärme durch elektrischen Strom erzeugt. FGL können so dünn sein wie ein Haar oder auch eine dicke Feder oder ein Blech. Das Smart Material bewegt sich fließend und langsam. Es ist leicht und kann im Verhältnis dazu große Kräfte generieren. Außerdem rostet es nicht und ist biokompatibel. Es eignet sich gut dazu, in andere Materialien und flexible Strukturen integriert zu werden. Noch dazu hat es die Besonderheit, dass es unter bestimmten Bedingungen extrem wiegsam ist und nach einer Verformung von selbst wieder in seinen Ursprungskorn zurückkehrt. Piezo-Keramiken sind multifunktionale keramische Werkstoffe. Sie gehören zu den technischen Keramiken und bestehen aus einer komplexen chemischen Materialzusammensetzung. Der Begriff Piezo kommt aus dem Altgriechischen, bedeutet drücken und beschreibt den Effekt auftretender elektrische Energie, wenn Festkörper verformt werden. Versieht man eine Piezo-Keramik mit Elektroden und schließt sie an einen Stromkreis an, wird die Keramik in der Höhe komprimiert oder gedehnt, je nach Polarität. Dieser Effekt kann ebenso umgekehrt genutzt werden. Wird die Piezo-Keramik durch Druck verformt, entstehen Ladungen im Inneren des Bauteils. Diese kleinen Mengen elektrischer Energie können abgenommen und genutzt werden. Wird eine Wechselspannung angelegt, bewegt sich die Keramik so schnell, dass die Schwingungen als Töne wahrgenommen werden können. Je nach Anwendung können Piezo-Keramiken groß und hart oder auch klein und sogar bis zu einem gewissen Grad biegsam sein. Es gibt sie als dünne Folie bis hin zu Festkörpern, was große gestalterische Spielräume erlaubt. Die Formveränderung bei Piezo-Keramiken ist winzig und mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar. Die auftretenden Kräfte sind allerdings verhältnismäßig groß. Piezo-Keramiken reagieren blitzschnell und extrem präzise. Sie sind robust, langlebig und als Standardbauteile relativ günstig. Die großen Potenziale für Technik, Design, Architektur, Kunst und viele andere Bereiche des alltäglichen Lebens sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Hier stehen Forschung und Gestaltung erst am Anfang. Hier stehen Forschung und Gestaltung erst am Anfang. Hier stehen Forschung und Gestaltung erst am Anfang.